Eine super Klinik in einer Atmosphäre, die unheimlich gut tut, also meiner Frau, mir. Also wir sind jetzt nicht nur da, weil man muss über die Zähne, also alles so freundschaftlich, alles so familiär da. Darum sage ich, wir gehen eigentlich gerne her. Das hätte ich vor ein paar Jahren überhaupt nicht gesagt. Ich gehe gerne zum Zahnarzt.